Auch online spielst du Diamonds & Fruits auf drei Walzen mit fünf Gewinnlinien und genau wie in der Spielhalle bestimmst du selber die Höhe deines Einsatzes. Bei Sunmaker kannst du online mit echtem Geld spielen. Natürlich kannst du dein Gewinn auch hochdrücken auf der guten Alpenerco Risikoleiter. Klicke jetzt auf den Link unter diesem Video und besuche uns auf Casinoverdiener.com